. 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 Ja, was. Genau, die Straßen muss ich mir eh keine asphaltieren. Komm. Weht's Tempo. Kein Endenpreis. Endenpreis, bitte kommen. Komm, Philipp, dann gib mir's dir davon. So. Genau. Hilf mir lieber. So, Papa? Ja? Darf ich den Planetenritte Legendenwesen absuchen? Ja, du wirst's gar nicht finden, aber okay. Philipp, was tust du immer mit der Schmutzjacke am neuen Lack? Der Huml hat mir gesagt, das ist wie ein Schleifpapier. Hier, geh. Gehst du den Planeten absuchen? Na ja, halb so weit. Haltos, ah! Oh, Shaz! Na gut. Guck, na gut! Na gut. Fah! So, okay. So, Prepgeschlädter, so Atherton. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Und ich stelle von dem Moment voll jetzt mal auf! Herzi, der Café ist fertig.